Auch in der Nacht zu Freitag sind die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt worden. Laut eigenen Angaben hat das israelische Militär die Stadt Gaza mittlerweile eingekreist. Dabei seien die Soldaten auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der Hamas gestoßen. Die Bodenoffensive des israelischen Militärs konzentriert sich zunehmend auf den Norden des Küstenstreifens, wo die Hamas in Gaza ihre Zentrale hat. Israel hat die Bevölkerung aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu ließ erklären, man befände sich auf dem Höhepunkt der Schlacht. Seine Regierung hat als Reaktion auf den 7. Oktober angekündigt, die Hamas vernichten zu wollen. Vor knapp vier Wochen hatten Kämpfer der Islamisten in Israel mehr als 1400 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten und weitere in den Gazastreifen verschleppt. Das israelische Militär bezifferte die Zahl der Geiseln am Donnerstag mit 242. Darunter befinden sich in acht Fällen auch deutsche Staatsbürger. Wegen der israelischen Angriffe hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch verschärft.